Erich hat mich einfach weggeschossen. Ich dachte, Erich wäre das Traitor, Alter. Erich wäre einfach so richtig rum. Ich gehe vielleicht mal zum Traitorraum. Ich gehe mal schnell reingucken, okay? Ich komme auch mit. Ich auch. Wir stellen uns einfach alle zu viert davor, nur der Traitor macht auf und dann gehen wir alle zusammen rein. Los, schau mal nach oben. Alle versuchen den Traitorraum gleichzeitig aufzumachen. Wenn er aufgeht, dann wird es lustig. Na, was machen wir jetzt? Kevin, ich mache das wieder. Ich habe dich gerade schon geschlagen. Mit rechter Maustaste schubst ich dich nur rum. Ja, guck. Guck, warte, weil ich alle stehen. Hier, einmal noch. Denk an das Exempel. Denk an das Exempel. So, wir stellen uns jetzt alle hier hin. Hm. Wohin? Ja, genau. Das werde ich jetzt nicht machen. Nein, Rilbert. Pauls Waffe ist erschwannend. Ich dachte, wir machen jetzt den Traitorraum auf. Paulus ist es, Paulus ist. Alter, was denn? Okay, Paulus ist. Warte, Flo, warte, Flo. Paulus ist. Ich habe gerade nur getrillt, weil ich dachte, er hat Paul gemacht. Paulus ist. Der ist gerade safe in den Traitor reingekommen. Mann, ihr habt meinen Plan zunichte gemacht. Ich wollte eigentlich, ich wollte, der Punkt war, ich wollte die Smoke-Renit werfen, okay? Und wollte dann mit dem Home-Run-Bett, wollte ich hier jemanden wegschießen. Und dann aus den Smoke raus, weil er der Piste-Smoke ist. Ah, Mann. Na, Flo, wir haben ja jetzt bloß eine Aufgabe, wir wissen es ja. Ja, okay, wir bleiben jetzt zusammen, okay? Okay, aber weh, du fest. Ey, tut mir leid, ey, tut mir leid, dass ich dich angeschlossen habe. Ja, ist alles okay, hätte ich ja auch gemacht. So, mal sehen, ich glaube, ich kriege die Melone ab. Ja, Flo, du hältst die Hand am Drück ab. Ich halte die Hand ab. Welche Melone? Die Melone, deine Melone. Ich fand das so schön, dass ich Hebel gerade mit dem Bummerack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Bummerack. Nee, da braucht, nee, lass es, Flo, das brauchst du gar nicht machen. Wenn er da ist, ist er da. Oh Gott, halt, 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 halt. Wollen wir mal Serienwörter spielen? Was, den Horrorfilm? Äh, das noch. Nee. Ach, nee, ein Glück, ein Glück. Das wird so peinlich, wenn das nicht funktioniert. Ich glaube, du hast das Messer genommen, oder? Ja, der Piss, die Smoke is fine. Ja, das war super. Ja, ich habe mich getötet mit dem Bummerack, das war ein Schuss. Ja, das, das habe ich, das fand ich sehr lustig. Du, du, guck mal, du guckst nach vorne, ich guck nach hinten, easy. Na ja, ihr müsst mal überlegen, was du diese Serienmörder in Horrorfilme mal machen, dann kommt die. Wenn ich das wüsste. Ja, ich mach! Oh, oh. Oh. Mann, ihr seid durch die Beine zur Tür gekommen. Nein. 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 Ach so, ich bin gerade. Mann, ich wollte so, dass der Erste, der durchkommt, in die Luft fliegt, der Achter kommt in der Säule vor und auch mit dem Home-Ramp-Bett zu. Ich war sehr vieler besser. Ja, was wolltest du? Was wolltest du? Wenn man das denn gar nicht, er sei durch die falsche Tür gekommen. Deswegen stand ich halt mit dem Home-Ramp-Bett wie so ein Serienmörder in so einem Horrorfilm, die ganze Zeit hinter die Säule und hab gewartet, dass jemand reinkommt. Hätte nicht erwartet, dass die Leute zusammen rumrennt. Oh, scheiße. Wie lustig. Da ist ja, da ist ja, da ist ja. Besonders, wie ich schon gesagt hab, also entweder wird das halt geil oder richtig peinlich. Es ist, es ist, es ist sehr geil geworden, wirklich sehr, sehr geil. Wie es mir richtig geil geworden, wenn es funktioniert hätte. Alter, holy moly. Uiuiui. Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Hannes, wirst du nicht. Alter, scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich ertrinke nicht im Pool, ich ertrinke in meinen Tränen. Ich ertrinke auch so lustig, finde ich sonst gar... Oh, Lord, Hebe. Ich will nicht so lange auf, um noch eine Pistole zu finden, aber wenn man sich gar nicht in Hebe rumhübt. Wieso? Mann, aber ich hatte zwei so geile Pläne mit dem Home-Ramp-Bett, aber keiner hat funktioniert. Weder der Pistus-Smoke-Trick, noch der Säenmörder-Trick. Ja, ich dachte. Ich hatte wohl frech den Verdacht, dass du dir die Smoke-Kanade geworfen hast, um einfach dann in den Traitor-Raum reinzulaufen. Nee, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich wusste eigentlich in den Smoke. Ich dachte, du machst so einen Zaubertrick. So, ha, ich bin weg. Wie er darfst du dann mit 6? Ey, das war einfach nur lustig. Das war wirklich lustig, ey. Uiuiuiui. Wie viele Runden hatten das noch? Drei Runden, dann, äh... Das kannst du dir mal erzählen, ne? Dann machen wir die drei Runden fertig und dann, äh... Wieso funktioniert denn der Plan jetzt nicht eigentlich? Das funktioniert meine ganze Pläne eigentlich nicht. Wer hat da hier gerade die Smoke-Grenade geworfen? Ich habe keine Ahnung. Herr Wall-E. Wie? Ja. Da! Kevin, 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 Kevin! Ich bin der Einzige, der noch lebt. Oh! 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 Ah! Oh! 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 Verdammte Scheiße! Ah! Ah! kommst du um die enge ich wollte so eigentlich ich war so ein plan war halt ihr habt uns morgen mit geworfen ich von den engen traiter ums gestellten hoffen ist der traiter vorbeikommen weil er rein will ich dachte weil kevin kam mit messer auf mich zu hat sich umgedreht habe als ich mich attackiert habe ich nur so kevin sneakensee mit dem messer in der hand ich habe nicht ich habe nicht ich hatte ich hatte ich hatte wirklich kevin attackiert aua 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 m was ist langweilig mhm was mache ich denn da mhm kevin das fand ich so geil Ich finde schon einen Weg. Flo, Alter, was ist los mit dir? Ich finde schon noch einen Weg, Florian, ich finde einen. Aber du bist so einen. Hi Flo, hinter dir. Das wird funktionieren, was ich mir vornehme. Wo ist er? Die Frage ist, was? Ich habe einen Plan hinter dem, was ich tue. Ich habe einen Plan. Du glaub mir, als jemand, der auch gerne mal Pläne macht, der funktioniert nicht. Ich habe ja keinen so exklusiven Plan wie du. Ich habe ja nur... Exklusiv nennt man das heutzutage. Uiuiui. Wo bist du denn? Ach, ey. Nee. Alter, diese Scheiße mit diesem Baseball-Schläger. Der Baseball-Schläger war immer. Fuck. Adios. Ach, das war der... Ah. Ja. Wo war der? Ja, 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 ja. Ach so, ach so, okay. Aha, jetzt verstehe ich das. Ich habe dich da runter zu liegen gesehen, das war ganz lustig. Er hätte es ja bleiben müssen, glaube ich. Uiuiui. Ja, du, ich hätte dich da oben nicht getroffen. Ah, verdammt. Ich habe ja auch keinen Schuss gehört. Ich habe ja auch keinen Schuss gehört. Messer fährt auf Flos Augen und Flo, es ist Kevin. Und Flo, es ist Kevin. Kevin, 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 Kevin. Das war so lustig aus meinen Augen, weil ich wusste, dass nur Flo da ist. Oh, das war immer nur schön, das war immer nur schön, das hat nicht Spaß gemacht. Ups. I did it again. Aude, da schließt man nicht die Tür. Warum denn nicht? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Warum denn nicht, Erik? Nein, 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 nein. Aude, hab gern gemacht. Aude, hab gern gemacht. Aude, wie meint die Tür? Du stehst doch einmal hinter mir, ganz neugenslosen Würfchen, Incidentally. Wir machen die Tür zu, haben wir gesagt. Nein, Kevin, geh weg, die Tür bleibt zu. Übrigens, Kevin und Erik sind beide bei mir. Kevin, raus mit dir. Kevin, du Paul. Der hat in die Granate geworfen. Wir haben eine Granate, was, wer, wo, 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 wo? Hilfe, ich, ich, ich. Natürlich ist es schädig. Ich sehe jetzt meine Perspektive nur, der Raum entweist. Wo ist jetzt der Paul hin? Hier hinten. Alter, Heribert hat eine Granate geworfen. Was, Alter, bin ich mein Läger? Nein! Ich brenne! Ich brenne! Lieber brenne ich! Lieber brenne ich! Lieber brenne ich! Leute, ich hab noch nichts anderes außer den Schläger. Frieden! Frieden! Lieber brenne ich! Nein! 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 Die Brenne! Komm hier! Komm hier! Komm hier! Bleib die Stube! Sit! potentially. Ich ist ganz dumm! Ich bin noch in dem scheiß Raum! Ich habe das Feuer gestorben! Manche Pan-N-Schläge Lieber und Penny Was ist denn? Ich habe aus dem Raum geguckt Ich dachte jetzt, ja ok, Kevin hat mir die Vorlage geboten, jetzt muss ich die Chance da greifen. Aber so stelle ich mir auch einen Zustreit vor. Das war so lustig. Ich komme wieder nur in den Raum, sie brauchen mich. Leute, ich kann nicht mehr. Können wir mal aufhören? Der Schläger ist halt der Hit, ne? Boah, Leute, jetzt sind alle hier. Alter, der tat weh. Florian? Ich werde es nicht mit dem Baseball Schläger anfangen dürfen. Alter, der tat richtig weh. Holy shit, Alter. Oh, scheiße, ey. Ich habe gerade Tränen in den Augen. Ja, ich auch. Ich habe Tränen im Augenblick auch, tut weh. Ja, ich habe dann über den Baseball Schläger. Holy shit. Alter, wie lacht ihr da immer? Von oben, na? Ich lag in meinem Leben. Was, der hat immer ne INSI? Neee Ich auch nicht Ich hab, oder? Hab ich ne INSI? Ne, ich hab nie Ich brauch ne INSI Wir haben ja wieder ganz schnell ne INSI Wir Florito eropfern, Alter Ich muss immer noch so lachen, ey Nein, ich hab immer noch keine INSI, ich brauch ne scheiß INSI Ja, ich hab hier INSI Oh, lol, hallo, boah Ja, warte, Keri, wir sind sowieso Wo ist hebe? Wir sind halt auch nicht Man, ich will sehen wie er Florito eropfert, ich glaub er ist da hinten Ja, er ist da hinten Da, wo die Sprays sind Sprays? Ich seh keine Sprays Ach, da Warte Nein, warte, ich wollt's mir anschauen, Mann Was passiert denn, Alter? Oh, lol, was passiert denn? Was passiert denn? Was passiert mit deiner Leiche, Alter? Meine Leiche bouncet immer noch rum Ja, die hört nicht aus Ich wollte noch was passieren, Alter Wo ist sie hier, ist sie immer noch da? Ist sie irgendwann mal aufgekommen, oder? Was war das? Meine Leiche bouncet immer noch Meine Leiche bouncet Ich wollte noch was passieren, Alter Alter Was waren das grad für Runden? Was waren das grad für Runden?